Ich gebe Ihnen mal das Medikament, ein Becher Wasser. Das ist doch nicht vielleicht doch in meiner Ausnahme noch anders. Ich habe letztes Woche die dreifachen Farbe rausgeschmissen. Da kann ich die nicht einstellen. Was hast du denn gemacht? Kleiner Arbeitsunfall. Alles gut. Ich hoffe, du wirst du waschen. Und du auch, mir jemand gerolten. Untertitelung des ZDF, 2020